Brillenkönig Günther Vielmann ist tot Hamburg, Günther Vielmann, 84, der das Geschäft mit den Brillen in Deutschland verändert hat, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lützensee in Schleswig-Holstein, wie die Vielmann-Gruppe am Freitag mitteilte. Er sei im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Die Gedanken unserer mehr als 23.000 Mitarbeitenden in Europa, Asien und den USA sind in diesen Tagen bei den Angehörigen von Günther Vielmann. Seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern gilt unsere aufrichtige Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl. Uns allen wird Günther Vielmann mit seiner kundenorientierten Philosophie, seiner Schaffenskraft und seinem visionären Geist als Pionier der Augenoptik in Erinnerung bleiben, hieß es weiter. Vielmann hat das Geschäft mit den Brillen in Deutschland verändert. Vielmann pflanzte für jeden Mitarbeitenden jedes Jahr einen Baum. Inzwischen findet sich in nahezu jeder Fußgängerzone eine Filiale seiner Optikerkette. Insgesamt 977 Niederlassungen im In- und Ausland. Mehr als 22.000 Beschäftigte und 27 Millionen Kundinnen und Kunden zählte die Vielmann AG Ende März 2023. Der Jahresumsatz lag zuletzt, 2022, bei fast 1,8 Milliarden Euro. Vielmann hatte sich 2019 aus dem Unternehmen zurückgezogen und es in die Hände seines Sohnes Mark gegeben. Neben seinen unternehmerischen Erfolgen engagierte sich Vielmann als Ökolandwirt. Auch das Schloss Plön hat Vielmann gekauft und renoviert. Dort werden Augenoptiker für die gesamte Branche ausgebildet. Vielmann spendete viel für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Ökologie und Naturschutz. Er hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Aktien am Unternehmen beteiligt und pflanzte für jeden von ihnen jedes Jahr einen Baum. Er hat seine Mitarbeiterinnen und Erfolgen ausgebildet.